Und weiter geht's. Und jetzt gibt's den Wasserstein. Hab ich denn? Nee, Butter Gem hab ich gelesen. Ich fang einfach mal oben an. Waterstone. So, Starpoke. Und noch einen verdursten, nee. Oh nein, das ist zu Star King geworden. Das wollte ich doch gar nicht. Scheiße. Warum entwickelt sich das jetzt mit einem Wasserstein? Okay, wir reversen das. Und, äh, Alvaez, ich hol dir ein neues. Das ist ein Slow-U. Ah! Neuer Patrick. Das nehmen wir. Ich wollte einen Stein aus dem Fluss und wirf es auf ihn, ja. Du hast noch einen Fleck, Mann. Hab ich? Aber ich mag Patrick eigentlich. Ich will eigentlich Patrick zum Vorzeigen behalten. Ich hol dir ein neues, Dummy. Was hältst du davon? Wir holen jetzt erstmal das andere Vieh und dann hole ich dir ein neues, Dummy. Du hast gesagt, auf Route 24 hattest du eins gefunden. Ein Haspiror. Ich glaube, ich hatte auch schon mal ein Haspiror gefunden. Aber das habe ich ganz versehentlich totgehauen. Route 29. Was war denn? Route 24. War das wieder? Ne, das ist 34. Leute, wo ist Route 24? Ich weiß, wir hatten das schon mal. Das war Route 14. Cycling Road. Gut. Ray reicht mal irgendwann. Sonst kriegst du ein Modschwert abgenommen. Wenn du Blödsinn machst. So, eingelöst. Kann es nördlich sein, wo du gerade bist? Hier ist Route 1. Hier ist Route 2. Leute, es wird halt nie richtig angezeigt. Deswegen, ich weiß nicht. Bin zwar hier, ich gehe mal hoch. Ja, hier ist Route 24. Wolf. Bist du gekommen, um mir bei der Feldarbeit zu kaufen? Ich suche ein Pokémon, das Abra heißt. Ja, könntest du mir helfen, eins zu finden? Vielleicht. Ist es nur bei mir so? Oder warum steht im Chat schon vorher Sachen, bevor es angezeigt wird? Ganz einfach. Weil, du musst bedenken. Es gibt immer einen Delay. Ich mache das ja im gleichen Moment, wie ihr schreibt. Ja, weil du Blödsinn machst. Du musst dir ja verantwortungsvollen, Modsummer. Ja, und das heißt, im gleichen Moment, in dem das bei euch, also in dem der Chat hier Sachen, also in dem ihr Sachen in den Chat schreibt, sehe ich das und taucht das bei mir auf. Aber dann muss es ja nochmal wieder online gehen, in den Stream, um dort angezeigt zu werden. Und es gibt ja immer zwischen dem, was ich sage und dem, was ihr hört, so ein, ja, zwei Sekunden Delay oder irgendwas. Dementsprechend, äh, deswegen siehst du, siehst du die Sachen, die im Chat stehen, erst später im, im Stream auftauchen, weil es halt diesen Delay gibt. Und Ray an sich ist auch okay, wenn du, wenn du das machst. Sonst bloß nicht zu viel, Spare. Das wäre, das wäre super, wenn du einfach nicht zu viel machst. Dafür ist es zwar da, aber hebt euch eure Punkte für die Dings auf. So, wo ist das Ding denn jetzt? Weil das ist ja nur der, der andere Checker. Surfboard, Dolly. Was suchst du? Diese komische Schuhe? Mit dem ich jetzt sehen kann, was für Pokémon da sind. Ich dachte, das habe ich jetzt. Erst das Abrafang, ehrlich. Kann ich auch mit Geld werfen. Kriegen wir immerhin ein bisschen Kohle dabei. Hast du nicht ein Abra? Reicht das, wenn ich ein altes Abra vorbeibringe? Ja, ich habe ein Abra in der Box. Wenn ein altes Abra reicht, dann hole ich meins. Ein probieren kann man es mal. Die Frage, wo habe ich meins? Da ist mein Kadabra. Aber wo ist das Abra? Da ist das Abra. Das riecht doch schon streng. Ist egal. Das ist noch gut. Kann man auch noch nach dem Verfallsdatum nehmen. Hier, Abra. Oh, was für ein toll aussehendes Abra. So wie es aussieht, kann Abra telepathisch Gefahr spüren und sich direkt teleportieren. Sogar wenn es schläft. Faszinierend. Pokémon haben sehr komplexe Verhaltensweisen, die andere Pokémon in ihrer Umgebung beeinflussen. Ich benutze ein Pokémon Radar, um alles zu katalogisieren. Danke. Ja, ist okay. Ist mir wurscht. Ich will bloß mal ein Gerät haben. Der Gerät wird nicht müde. Und der Gerät hat hoffentlich jetzt Pokémon zurück. Ah ja, da ist ein Haspi-Rohr. Ich hätte vielleicht aufpassen sollen, was ich mir sage. Gettagy, du bist mir egal. Hilft mir das Ding jetzt irgendwie, das Haspi-Rohr zu finden? Ah, ich habe jetzt hier Gras aufgefloppen sehen. Ich finde, das ist eine interessante Fusion. Wenn man das einsetzt, wackelt das Gras. Da ist dann ein Pokémon. Ja, und ich muss das wahrscheinlich neu einsetzen, um ein anderes Pokémon zu finden. Weil wahrscheinlich sind das jetzt alles immer die gleichen. Ja. Die, die länger wackeln, sind häufiger. Das bin ich jetzt reingeladen. Die sind häufiger seltener. Die haben jetzt überhaupt... Das da, zum Beispiel. Naja, das wäre jetzt auch nur... Nur so ein Riech. Moment, jetzt... Jetzt sind es ja immer die. Aber mache ich das? Ich habe keine Ahnung. Ich soll das hier... Ich muss es erst sich einmal deaktivieren lassen, oder? Ich muss es erst sich einmal deaktivieren lassen, oder? Ich gehe mal kurz ins Pokémon Center. Wenn wir schon Geld machen, dann will ich auch, dass wir genug haben, um weiter Geld zu machen. Ich gehe gar nicht mehr ab, klar. Aber ich meine, es ist wirklich ein echt cooles Gerät. Aha! Okay, das hat auch 1000 Sprites. Komm, wir nehmen die Shiny-Version. Ähm... Es schlägt seine Feinde, indem es schnell seine Ohren ausrollt. Es sticht genug, dass selbst Erwachsene vor Schmerz schreien. Ich habe mal wieder neu geladen. Vielleicht ist es jetzt wieder synchron bei mir. Also, es sollte eigentlich alles funktionieren. Merkwürdig wird es erst, wenn der Chat, den du hier siehst... Weil ich ja mal, das ist viel wert. Ähm... Wenn der, äh... Auftaucht, bevor der in meinem Stream auftaucht. Synchron ist relativ. Ja eben, also die Sachen, die hier im Stream auftauchen, die sollten schon, schon synchron sein. Also, die sollten synchron zu dem sein, was ich sage, nicht zu dem, was es ist. Ich habe so sieben Sekunden Delay. Sieben Sekunden ist aber viel. Also, selbst für meine Verhältnisse ist das viel. So, mit was wolltest du, Light? Ich habe es schon wieder vergessen. Ich weiß, das eine hatten wir, das andere nicht. Test. Ja, bei mir ist es direkt da. Also, ich sehe es direkt. Weiß ich einmal noch, was Light Shadow haben wollte? Das Piroh und... Keine Ahnung mehr. Sabra lagere ich aber wieder ein. Ja, nach dem Neuladen so fünf bis sechs Sekunden. Alles klar. Es wird merkwürdig, wenn die Nachricht im Stream mit Wolf früher auftaucht als im Chat. Dann, dann ist... Dann ist vorbei. Das ist merkwürdig. Das meinte ich vorhin. Gabi? Time Travel, ja. Ab und zu muss man halt mal durch die Zeit reisen. Warum gibt es hier nur Krabben? Warum besiege ich die nicht? Ich habe Geld Ich glaube, ich gehe wieder da runter Da hat mir bessere Chance Auch wenn ich da so schlecht wieder rauskomme Und zurück in die Zukunft Zurück in die Zukunft Ich sollte hier auch mal wieder gucken Das ist ewig her Also ich habe wirklich sehr, sehr lange Keinen zurück in die Zukunft gesehen Ich bin aber auch kein so arg großer Zurück in die Zukunft Fan, muss ich sagen Was bist du denn? Ein Krabnup Oh, ich habe Krabnup getötet Vorhin kommst du eigentlich, wenn du unter dem grauen Feld traust? Das ist eine gute Frage Das können wir auch gleich mal testen Ne, ich habe noch nicht genug Also ich habe keine Bälle nachgekauft Und das Problem ist Für Arctos brauche ich halt wahrscheinlich viele Ich meine, klar Wir haben auch schon andere Legendäre einfach so gefangen Oder einen Goldpoke getroffen Aber das Problem ist Es kostet halt ein Vermögen Und wir haben gerade sieben Hyperbälle Was nicht besser dadurch wird Dass ich versuche, dieses Vieh zu fangen Nimm doch mal Schutz Das dauert ja ewig Geht's klar Ne, ich nehme den Meisterball dafür nicht Ist ja gut, Alvayes Ne, ich habe die Krabnup Halle Schade Oh, � Home Hey, man hat das Hierれst du Ay, wie man Habt das Und dann Und dann Hast du Was Ist das Was É Hier Hier Und dann Was Ich KR Also, vergessen. Aha. Schön, dass man hier ein Fluchtseil findet, was man nicht benutzen kann. Wirklich, finde ich toll. Da steht es Rosana, ne? Dafür haben wir auch nicht genug. Und wir sind jetzt auch einer der unsichtbaren, denn ja. Deswegen haue ich ja hier schon alles platt. Oh. Mir wird gerade ein Delay angezeigt. Der Stream ist aber noch online, oder? Ist der Stream noch online? Das scheint aber kein... Das war jetzt kein Hänger. Mein Programm ist noch... Ist noch an. Ja, es ist irgendwie sehr interessant. Das Programm ist noch an. Also, es ist diesmal wirklich offenbar einfach das Internet gewesen. So, darf ich jetzt vielleicht einfach meinen Fluchtseil benutzen? Okay. Böses Internet. Ja, eigentlich sollten wir es von Internet zu interböse benennen. Benennen. Ja, ich brauche einfach mal einen normalen Schutz. Ach, scheiße. Ich habe ja keinen Taucher dabei. Aber das lässt sich ändern. Das stimmt, ich hätte das Dimpfee einfach beibringen können. Das ist ja wurscht. So. Jetzt nehmen wir uns als erstes mal dieses Sternduinsteam. Und das entwickeln wir jetzt. Ich habe keinen Wasserstein mehr, ne? Was geht denn jetzt ab? Wartet mal. Irgendwas. Mein E-Mail-Postfach spielt schon wieder Musik ab. Deswegen habe ich euch kurz mal den Sound weggenommen. Ich hasse es, wenn mein E-Mail-Postfach das mitten im Stream immer macht. Warum macht es das? Was hat mein Postfach gegen mich? Und warum ist es so effektiv? Also doch, du hast Great Balls. Davon hätte ich gerne mal irgendwie den Stück mal wieder. Gucken wir mal, was das Bällchen kostet. Ja, das Steinchen. Warum spielt es Musik? Meins macht das nicht. Ja, das ist irgendwie ganz komisch. Ich weiß auch nicht, warum es das macht. Ich habe das nicht eingestellt. Das ist wahrscheinlich irgendeine Werbung von dem Mistding. Ich möchte das auch nicht, dass es das tut. Ich unterdrücke das Talent, weil es gerade den Stream stört. Und ich kann in die Wand reinlaufen. Das ist mein einzigartiges Talent. So, ich nehme jetzt noch ein paar Bällchen mit. Ich nehme jetzt noch ein paar Bällchen mit. Und wenn wir noch das letzte Stück. Wem geht wieder? Ist der jetzt nochmal abgeschmiert? Oder? Der ging doch die ganze Zeit. Also, jetzt einmal abgeschmiert. Das dauert meine Anzeige. Außer es jetzt nochmal abgeschmiert. Ah, Melodie hängt weiter zurück. Okay, dann ist gut. Ich dachte schon, der wäre jetzt nochmal abgeschmiert. So, Starmie wurde zu Staryu. Den da finde ich irgendwie niedlich. Das mysteriöse Pokémon. In den antiken Zeiten hat man sich vorgestellt, Starmie wurden transformiert von der Reflexion der Sterne, die in den Wellen in der Nacht gefunkelt haben. Das ist aus dem Sternenstaub. Das nehmen wir immer ab. Das Geldbeer hat, wenn wir schon Geld ausgegeben haben. So. Fusion H. Aber du weißt nicht zufällig, wo mein anderes Fleckmon war, oder? Ich bin doch immer so blind, wenn es um Fleckmon geht. Box 3? Ah, da ist es. Danke sehr. Okay, da haben wir eine Fusion. Und da ist sie. Das war dein Erger nicht wert. Also von allen Fusionen, die wir gemacht haben, war es das nicht wert. Dann nehme ich lieber sind sie eine Fusion? Nein, das ist Patrick. Patrick. Gut. Damit endet auch dieser Part. Ihr lasst ein nettes Kommentar an, Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Pokémon Infinite Fusion. Bis dann, euer Wolf. Bis dann, bis dann. bis dann. Bis dann,